Der Bares für Rares Verkäufer Michael hat ganz besondere Pläne und möchte dafür ein ungewöhnliches Stück verkaufen, das eigentlich seiner Frau gehört. Elefanten sind Glücksbringer, erklärt Horst Lichter, 62, in der Montag-Ausgabe von Bares für Rares im ZDF. Grund ist eine kleine Brosche in Elefantenform, die von Patrick Lessmann fachmännisch unter die Lupe genommen wird. Horst Lichter Wow, interessante Persönlichkeit Lichter freute sich sichtlich, als der Verkäufer Michael aus Bonn das Motorradfahren als eines seiner liebsten Hobbys nannte. Außerdem machte er den Moderator neugierig auf seine geplante Reise mit Frau und Tandem auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Wow, interessante Persönlichkeit, befand Lichter. Bares für Rares Glücksbringer soll die Reisekasse aufbessern Um die Reisekasse aufzubessern, sollte nun auch der Glücksbringer verkauft werden, den seine Frau einst in den 1970er Jahren in Peru in Auftrag gegeben hatte. Die Brosche wurde seither nur einmal getragen und sollte deshalb veräußert werden. Denn für die Schublade sei sie definitiv zu schade, war auch die Meinung des Experten. Bares für Rares Damit kommen wir ein Stück weiter. Das Schmuckstück war aus 750er Gold, einem Rhodochrosit, Saphiren, Rubinen und kleinen Diamanten gestaltet worden, führte der Experte aus. Dabei betonte er vor allem die Bedeutung des rosa Schmucksteins Rhodochrosit in der Mitte, der für Selbstbewusstsein stehe und die Eigenschaften von Elefanten widerspiegele, Stärke, Ruhe und Gelassenheit. Die symbolträchtige Brosche war in Peru von der Manufaktur Elias in den 1970er Jahren gefertigt worden. Laut Lessmann sei die Marke eher für Silberschmuck bekannt. Ein weiterer Beweis, dass es sich bei dem Gold-Elefanten um eine Auftragsarbeit handelte. Der Wunschpreis des Verkäufers lag bei 500 bis 600 Euro. Doch laut Expertise erreichte der Materialwert bereits 700 Euro. Insgesamt schätzte Patrick Lessmann das edle Rüsseltier auf 900 Euro, denn das ist ein Liebhaberstück, und dafür gibt es eine Käuferschicht. Der Verkäufer lächelte und meinte, damit kommen wir ein Stück weiter auf unserem Weg nach Santiago de Compostela. Bares für rares Händler sind von Elefanten Brosche begeistert im Händlerraum war zunächst Irritation zu vernehmen. Hat der Glücksbringer sein soll bei Ihnen zu Hause schon erfüllt? Fragte Sarah Schreiber den Verkäufer. Der Verkäufer beschwichtigte. Wir haben einige Elefanten zu Hause. Außerdem fahren wir von Bonn aus nach Santiago de Compostela, und die Reisekasse muss gefüllt werden. Wow, raunte es danach auch durch den Händlerraum. Das ist aber eine ganz schöne Strecke, lachte Susanne Steiger, die sich für so eine Reise einen Glücksbringer wünschen würde. Aber auch ohne geplante Reise hatte es ihr der Elefant angetan. Ihr Auftaktgebot? 800 Euro. Elefanten stehen für Durchhaltevermögen? Freute sich auch Markus Wildhagen über das Stück und erhöhte auf 900 Euro. Doch als sich Susanne Steiger die Brosche ans Rever steckte, stand fest, jetzt muss ich 1.000 Euro sagen. Danach erhielt die Händlerin die Brosche und der Verkäufer Glückwünsche, auch für seine geplante Reise.